Hey Leute, das ist ganz höher am Willkommen bei WTN Germany. Gestern machte eine traurige Nachricht die Runde, die US-amerikanische Country-Sängerin Loretta Lynn, Kreuz 90, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Die Songwriterin hat während ihres Lebens eine beachtliche Karriere hingelegt, beispielsweise wurde sie für ihre Leistungen als Musikerin 18 Mal für einen Grammy nominiert. Jetzt trauern nicht nur ihre Familie und unzählige Fans um sie, auch viele Stars weinen um das Ausnahmetalent, nach dem Tod von Loretta meldeten sich inzwischen zahlreiche Promis zu Bord, um ihr Beileid zu bekunden. Auf Instagram veröffentlichte beispielsweise die US-Musikerin Dali Parton, 76, ein Statement, mit dem sie ihre große Trauer ausdrückte. Wir waren wie Schwestern in all den Jahren, die wir in Na. Wenn Sie noch mehr Informationen über die Europäische und die Germanien, dann schreibt uns auf die Kanal und schreibt uns auf die Beile, und schreibt uns auf die Video, und schreibt uns mit Ihren und Familie. Vielen Dank für die Zuschauen!